Hey und willkommen zu einem neuen Runde-Parler-Dienst. Lasst einen Bewertungen, abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt und viel Spaß. Yay! Heute spielen wir mit Cassie. Und ich hab irgendwie schon lange keine Cassie. Ich sag das jedes Mal. Ich sollte aufhören. Ich hab doch komischerweise wieder keine Musik. Ich weiß nicht, ist das nur bei mir, dass es irgendwie ein Fehler in der Installation ist oder hat das irgendjemand von euch auch so? Ich hab sogar noch die Musik von dem Event ausgewählt und naja, man hört absolut gar keine. Und ich klaff grad auch nicht so ziemlich viel. Aua. Nein, du wirst mich nicht töten. Nein, 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 nein. Ich wollte elf trocken, mich wegzurollen heute. Dann bin ich auf irgendeine andere Tessie gekommen. Ist grad verdammt knapp. So, ich heim mich kurz und tschüss. Ähm, dann geh ich mir hinten. Hallo Willow. Okay, jetzt leider nicht erwischt. Ich hab immer noch dieses mit dem Disconnect, äh, Disengage und, ähm, im anderen. Also das ist halt die legendäre Karte, dass ich halt so viel Schaden mache im Nachhinein, also diesen 10% mehr pro Schuss. Was so ein bisschen broken ist, finde ich. Oh, hi. Oh, ist halt nur treffen. So, verstecke ich mich hier. Hallo, wie geht's dir? Du bist jetzt tot. Einfach mal jemanden mit drei Schüssen töten. Ist ja etwas broken, finde ich. Ach man. Wobei es halt auch noch so einfach ist, sie zu treffen. Ähm. Ich wollte eigentlich nicht hierhin, aber... Danke. Ich wollte schon sagen, stirb aber, wenn ihr... Wollt sie erst mal nicht so recht. So, und Fernando jetzt töten. Ich sollte hier weggehen. Überlebe ich das? Ich überlebe das. Okay, sorry, ich hab mich zwar heilen können, aber... Naja, was soll's. Hui. Es ist halt echt verdammt viel Schaden. Tschüss. Ach man, Casey ist broken. Ich hab sie damals ja immer so gespielt, dass ich, ähm... Durch die Rolle und... Also, Rollen schießen, Rollen schießen. Was halt dann auch irgendwie diese 40% mehr Schaden gemacht hat. Aber das ist halt jetzt viel stärker. Schade, hab ich nicht erwischt. Hab sie nicht erwischt. Ach man, ich hab so viel Spaß, ich kann gar nicht mehr reden. Tschüss. Ach verdammt. Ähm. Soll ich mein Ulti nutzen? Ach, was soll's. Tschüss. Und... Warum ist das halt das Schild abgefangen? Ich sollte da oben hinschießen. So. Ach verdammt, tschüss. Leider nicht erwischt, doch man. Irgendwie funktioniert es hier richtig gut. Also einfach nur Rechtsklick greifen und dann auch alles töten. Leider geht's nur auf ein Single-Target, was schade ist, aber... Naja. Ich glaub, das ist verständlich. Ach man. Komm schon. Halt, ich will dich... Nein! Ich wollte einen Quadra-Kill haben. Ach man. Hallo, tschüss. Und jetzt du. Hättest du dir eine Ulti erwartet? Hm, dann halt nicht. Wir haben gewonnen. Hui. Und die noch töten. Okay, das ist voll broken. Hui. Es ist schön, wie... Meine Team ist grad meinten. Also, das könnt ihr hier sehen. Ah. Willow findet, dass es ein Dream-Team und der Hand ist betrunken. Das war super. Willkommen in Paladins. Ähm. Na gut. Mach du dann halt alles. Kann ich den da wegboopen? Tschüss. Tschüss. Ach, einfach mal eine Ulti nutzen. Da hinten. Und. Oha, hat sie nicht diese Karte, die Schadensreaktion gibt? Komm her, komm her. Okay, ich hätte hier nicht hingehen sollen. Tschüss. Dankeschön. Ich hab mir grad mal hinterher gerettet. Wie gut. Tschüss. Ach man, ich hab mich nicht erwischt. Ich bin dann auf den Boden geschossen. Das wäre ich mir grund auch immer. Ja, wird exekutiert. Ach man, funktioniert das gut. Hui. Ach, verdammt. Alles in Ordnung, Ternis? Ich glaub, der hat so ein paar Probleme. Hui. Ach man. Ich hab's irgendwie mit dem Disengage getötet. Oh, schade. Kann sein, dass irgendwie alle so ein ewig hoher Kistrik haben? Das ist ein 31er-Streak. Ähm. Moment. Nachladen, ziehen. Ich glaub, ich sollte mal ne Karte mitnehmen, mit der ich ein bisschen größeres Magazin hab. Das macht's dann halt etwas einfacher. Und auf mich zu schießen, bitte. Dankeschön. Also, und... Hab ihn leider nicht erwischt. Hallo. Oh. Hey, Ruckus. Hallo, Janus. Ich will nicht brennen. Das mag ich echt nicht so sehr. Ähm. Na gut, dann geh ich mal ein bisschen zurück. Will ja nicht sterben. Ach man. Ah. Also, das Einzige, was halt hier wirklich dann schwierig ist, ist die... ...den rechtlich zu greifen und dann halt noch die nach... ...drauffolgenden Schüsse. Aber ansonsten... Na ja. Hi, Tyra. Ich will gehen. Tschüss. Nein, danke. Hallo, Serious. Ähm, dein ist ein Jenas. So, und... Ja, Quadra Kill. Perfekt. Noch einer? Kommt schon. Da um. Da um. Da um. 15 Sekunden remaining. Nein, ich werde nicht sterben. Oh, das hat leider nicht gezählt. Sollen wir denen noch eine Chance geben? Nee. Ach, das war eine wunderschöne Runde. Ich glaube, diesmal ist das Top-Blade-Rennen einfach nur, weil sie wunderschön war. Ach, mein Cassie ist broken. Habe ich gleich sogar mal Dissan-Gage verfehlt? Nie, auch nur alles mal finishen. Schade, dass der Ansager dann nicht sagt, dass es halt ein Quadra Kill war. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das getan habt, lasst doch eine Bewertung da. Lasst doch ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.